Gestern war Boulder Beats in Pizza und falls ihr das verpasst habt, dann macht euch nichts draus, weil ihr könnt heute die 30 Boulder auch noch mal probieren, so clean wie sie auch gestern an der Wand waren und wir zeigen euch mal drei Highlights, die wir da gestern gebaut haben. Ja, mein Highlight hier der weiße 5er ist erstmal unscheinbar, aber man kann ganz geil Mänteln üben. Das ist eine Technik, die in der Halle ein bisschen vernachlässigt wird und ja, zeig ich euch mal. So, kleiner Tipp noch fürs Mänteln, wenn ihr nicht über die Kante kommt, versucht erst die rechte Hand nach innen zu stützen und dann die linke umzudrehen. Mein Highlight Boulder ist auch ein 5er und warum auch immer auch eine Art Mäntel und man muss schon ein bisschen Gas geben, weil es geht mit einem Run & Jump los, danach kommt ein Mäntel und eigentlich dann nur noch ein Aufsteher und dann hat man auch den 5er schon wieder im Kasten. Ja, ich habe euch ein Highlight hier geschraubt, hoffentlich, dass es ein Highlight ist. Und zwar geht es bei dem Boulder, dass man mit guten Griffen anreißen kann und danach auf großen Tritten auch wieder und Volumen auch aufstehen und rüber laufen kann. Machst du mal vor, oder? Mach ich mal vor. 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3, 4